hey leute und willkommen zurück zu let's play wo w mit unseren jäger auf der horde seite ihr wisst es so mir ist eingefallen wir können uns ja mal zum kopflosen reiter anmelden in der zeit können wir die quest solange machen ich glaube ich habe sogar das reit mount von den kopflosen das weiß ich gar nicht glaube ich müsste ich haben so was gibt es denn hier hier müssen wir glaube ich die götzen einsammeln ich muss auf jeden fall töten jetzt nicht meine kürze einsammeln ich dein ernst da sind echt noch viele leute an questen ich dachte es hat so aufgehört die tote kröte guck mal und dann wird eins auch diese müssen wir töten ok so kommen wir nirgends rein dauert zu lange wahrscheinlich ich brauche ein ziel hier müssen wir auch töten machen gleich mit unser tier heilen hier sitzt ich nehme ich muss näher heran ich brauche mal ein bisschen ihr seht dass wir mehr erfolgen am stück auf dann kommt man auch mal weiter als immer nur mal da 15 minuten aufzunehmen deswegen vielleicht mal ein paar folgen mehr auch ein ziel und dann mal gucken wie es weitergeht ich glaube wir haben noch so ein bisschen was für ich habe ich nicht mehr ganz so viel hier ist man muss zum einsammeln das holen wir uns noch mal schnell bestimmt hier am baum oder auch nicht jedoch mehr vorbeigelaufen sind aber auch getarnt in diesen addon die blümchen wir sind im kampfen sind wir im kampf das brauchen wir noch zwei kürze müssen wir noch haben wir getötet da ist noch eine kürze da ist die nächste sehr schön ich bin außerhalb von den reichweite so viel auf einmal ich war zuerst etwas anvisieren ich war ein ziel ich habe kein ziel das gemacht und die gütze mit es müsste die letzte sein und dann haben wir die aufgaben auch wieder erledigt dann können wir achten müssen wir da hinten abgeben na komm mal gehen wir was die da hinten ab reiten wir mal querfeld ein hoffen dass uns nicht ganz viel begegnet frische auf geht zum kopflosen reiter eine riesen kröte von der wochen und bild und der wochen bild und zack zack von der hammer im bild das bestimmten lohr schafft das ich segne euch mit einem kleinen teil meiner macht nutzt sie um zentimo zu helfen sich meinen kindern anzuschließen werden wir machen so ist wenn wir das schnell machen dann gucken wir mal vielleicht kriegen wir ein schönes item glaubt schöne items droppen hier kommt ihr seid am ziel die suche ist vorbei das schicksal soll entscheidend kann das nicht angreifen ich muss näher heran ich muss näher heran hier bin ich ich brauche ein ziel auf jeden fall geht das schneller als gestern mit dem paraben jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet zack 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 so in dieser holle kopf hier musste erst etwas anvisieren eure seelen sind bald mein oder der warnt schon immer weiter und kämpft immer weiter und kämpft immer weiter den sieg zum gefallenen reiter 1 1 1 1 ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel sehr schön schon bekannt welch neue abenteuer hat das schicksal zur hand und kaufs was schönes öffnen öffnen nö 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 ok das war's und weiter geht's nö 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 ziel das wird uns die kraft geben hat richtung an stattung jetzt Jetzt muss man ihn Diese Monster haben meinen letzten Jünger getötet. Ich werde den Zorn von zehntausend Jahren über sie bringen. Ich schließe mich eurem Kreuzzug gegen die Bluttrolle an. Doch zunächst muss ich wieder zu Kräften kommen. Helft ihr mir? Na klar, helfen wir dir. Dann machen wir schnell die Aufgaben für dich. Wollen wir da Fleischbrocken und ein verwundetes Glühwürmchen. Okay, die Glühwürmchen sammeln wir schon hier mit. Machen wir mal gucken. Dann laufen wir den Herz direkt vorbei. Das ist auch was. Stimmt am Baum, hier sage ich doch. Und dann springen wir zurück. Oh, das gleich noch was. Das haben wir auch gleich noch mal ein. Was ist dann da? Okay. So. Wollen wir mal. Das nimmt auch mit. So. Müssen wir hier durch die Höhle? Oh, das ist hier unten. Oh. Ach komm, ich töte mal. Das kriegen wir hin. Mal gucken, was du dabei hast. Zack. So. Und. Und. Ich hoffe nur das. Ja, das schaffen wir. Was ist das eigentlich für ein Soomschar? Grausamer Müssling? Kann ich gar nicht. Jungs. Zeug. Ich muss ja erst etwas anvisieren. Toll. Und nur Gold. Silber. So. Jetzt um den Berg herum. Oder einfach über den Berg. ich brauche noch fleisch dass wir die kröte wieder füttern dass wir großen kräftig würden ich habe kein ziel sehr schön blühwärmchen einfangen aber ich fange auch gleich ein das ist zu weit entfernt und ich auch noch mal dazu und also auch gerade wieder zwei gespawnt noch nicht bereit wir müssen auf unser tier aufpassen ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel ich habe ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren aber ein bisschen fleisch gesammelt und hinten ist eine truhe sogar zwei ich muss mehr heran ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren so der große aber den schon machen hat kriegen auch bestimmt noch was später eine aufgabe wenn der schon ein zeichen über sich hat sehr schön dann gucken wir mal hier das sind auch noch sachen rollo auf euch habe ich keine lust dann kommen wir noch ein paar glühwürmchen fangen da kommt er ich weiß nicht vor euch noch zu fangen hier euch anzugreifen ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren warum zieht er dich ein man zieht er nur die leiterung rein so kommt man mit sehr schön hier kommt auch mit so guck mal hier lang auch noch ein paar glühwürmchen hier auch sehr schön so aber wir sind wieder am ende der folge wenn ihr sehen wollen wir weiterhin glühwürmchen empfangen und noch weiter aufgaben machen und unseren jäger immer weiter führen durch durch das neue addon ich muss mich gerade mal strecken dann schaltet zur nächsten folge wieder ein das würde mich sehr freuen ich danke euch fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal auf wiedersehen und tschüss